So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII. Ja, äh... Leider Gottes Willen kam ich bisher leider noch nicht zum Leveln. Ich mir aber fast schon gedacht hab, aktuell ist einfach zu viel Stress, hab auch noch Besuch und ja. Weihnachten steht halt auch noch kurz wieder so gesehen und... Irgendwie find ich dazu aktuell nicht so wirklich die Zeit. Naja, aber ich denk wir werden jetzt auch so gut klarkommen. Wir haben zuletzt den Schlüsselstein geholt. Genau, jetzt hört's mir grad ein. Stirbt. Genervt. Tierisch. Autschi. Ich überleg grad, ob wir nochmal nach Fort Condor sollen. Dann nochmal gucken, ob da alles in Lod ist oder ob wir dann nochmal so ne... Äh... Dingsbox machen können. So ne... So ne Kampf... Ihr wisst schon, was ich meine. Ansonst... Würde ich auch gerne nochmal gucken, wie teuer das Haus bei Costa de Sol war. Jo. Das sind aktuell so meine Ziele, muss ich gestehen. Bevor wir uns zum Tempel aufmachen, lieber gesagt. Ich will noch nicht zum Tempel. Ich mag den Tempel nicht. Besonders... Eigentlich sollte ich schon mindestens Level 40 deswegen. Und so. Ich überlege ja grad, ob ich vielleicht erst mal nach Weihnachten... Weil ich ja dann über Weihnachten ne kleine Pause machen werde. Einfach dann da mein Level 40 nachhole und... Und wir dann erst danach zum Tempel gehen. Und wir sollten auf jeden Fall nochmal zu Schoko befahren. Das wäre vielleicht auch noch ne gute Idee. Glaub ich. Sicher bin ich mir grad nicht. Oh. Ich geh schon wieder falsch. Mal wieder. Ich bin ganz weird. Ich weiß grad nie, wo ich zuerst hin soll. Da ist der blöde Tempel. Oh, da wollen wir jetzt noch nicht hin. Und hier... Hier... Das Wort Kondo. Das war doch auf der Seite. Ich dachte schon. Mann, Mann, Mann. Ich muss ja auch dazu sagen, dass ich jetzt aktuell ne kurze Aufnahme mache, weil ich danach auch noch näher aufnehmen muss. Kranja soll ich auch nochmal aufnehmen. Dann hab ich noch Raid heute. Ah. Stress. Stress. Pur Stress. Deswegen hab ich gar nicht so viel Zeit. Wird wahrscheinlich jetzt nur... Ja, ne... Je nachdem. Entweder 15 Minuten, vielleicht auch ne halbe Stunde. Mal gucken. Ja, ansonsten hab ich angefangen. Oh, schon viele Minuten vorbei. Meine Güte. Immer wenn man's nicht brauchen kann, rennt die Zeit davon wie sonst was. Schlimm. So, brauchst du mich? Ah, das ist schön. Unter den Feinden befinden sich mehrere Barbaren. Es sind mehr als 20. Auf eine ausgewogenen Angriffe eingestellt werden Probleme. Alles klar. Okay. Ausgewogen. Erstmal vier von den Dicken, würde ich sagen. War noch da hin. War noch so... ...zwei, drei Bogenschützen. Ogi? 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 Ogi, Ogi. Und dann... Angräufer. Ja. Oh, Angräufer. So, was nehmen wir noch? Oh, ich bin so um. Ja. Unentschlossen. So kleine Kämpfe bin ich auch noch ganz gut. Ja. Sind zwar nicht so schnell wie die anderen, aber... Können wir noch einen? Ja, 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 ja. Ich will hochstellen. Wie ging das nochmal? Oh, vertschreichtum. Ah, da. Morgen geht das nicht schneller. Das ist... ...furchtbar. Okay. Okay. Oh, ein Pauseknopf. Ach, schneller geht das hier nicht, ne? Nö. Warum nicht? Das ist doch ätzend. Ätzend. Ah, kommen schon die ersten. Dann gehst du mal da hin. Du auch. Und was lustig ist, gehst du da auch noch hin. So. Schicken wir noch... ...und vielleicht noch Kämpfer. Vielleicht noch Kämpfer. ...würgen wir noch mal hin. Ja, ja. Das interessiert keinen. Ich will keine Action. Ah, jetzt. Achte schon. Gehst du da hin? Dann gehst du da hin. Ja. Ja. Dann gehst du halt da hin. Geht mal Tempo. Leute. Ja, ja, ja. Das interessiert doch keinen. Ich hab zu. Schick mal den auch dahin, würde ich sagen. Oh, da kommen ganz schön viele. Kind gefährlich werden. Mein lieber Scholli. Ist sowieso nur so eine Frage, die ich jetzt hier nebenbei mal hab. Soll ich die Sofortkonto jetzt dann immer, ja, in Offline-Modus machen? Weißt, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen langweilig ist, ne? Ich mein, ist ja schon für mich schon ein bisschen langweilig. Im Endeffekt. Greif jetzt aber auch bitte beide an hier. Das wäre nett. Jetzt wird hier vorgekuschelt. Bis zum Gehtnichtmehr. Jüngchen, ihr sollt angreifen. Nicht rumstehen, angreifen. Schlimm. Muss man euch jetzt alles hier vorkauen, oder was? Äh, boh, Schütze? Was machst du da? Willst du bitte so nett sein und dich in Hintergrund halten und so? Das wäre voll nett. Jo, Schütze. Äh, äh, äh. Bumbling. Bumbling, finde ich, ist immer ganz cool. Ach, ja. Ach, mach doch, was du willst. Ja, auf Prost. So. Willst du den anderen angreifen? Das wäre voll cool. Vielen Dank. Sehr freundlich. Äh. Ich glaube, der greift schon an, oder? Ja. Ich glaube, der greift schon an, oder? Von der Schütze. Ich glaube, ich högere ¡vend für einen Abend! Wie wäre es amart, der... Furzoon istun! W Mercant, viele'reger, wo seid ihr? Ich denke, ist dir eigentlich kein Objekt. Bis zum Gehtzeintradio. Aber hier환vere. Wo steht gew Hitzeintradio? Ich makeup finde Panda. So screws pedals für ein Konrad ist. Geht Autos ever. Warum bist du kap żeby килomment... Et sie einfach zu ver열 수비? Untertitelung des ZDF, 2020